Bündnis 90 Die Grünen heißt ihr. Wo kommt ihr denn her? Im Westen hießen wir Die Grünen. Im Osten gab es eine Gruppierung, die hieß Bündnis 90 und nach der Deutschen Vereinigung sind wir eine Partei geworden. Wofür steht ihr? Was macht ihr so aus? Wir Grünen stehen dafür, dass es in dieser Gesellschaft gerechter zugeht, dass Menschen, die wenig verdienen, mehr verdienen und dass die, die etwas verdienen, davon mehr behalten können. Wie viel sollen sie denn verdienen? Jedenfalls so viel, dass sie davon leben können und wir haben in diesem Lande sehr, sehr viele Menschen, die können von ihrer Arbeit nicht leben, obwohl die rund um die Uhr arbeiten. Wie viel sind das? Das sind fast 100.000 Menschen, die in diesem Zustand leben. Deswegen geben wir sehr viel Geld aus, um diesen Menschen den Lohn aufzustocken und ich bin der Auffassung, man muss diejenigen, die sie beschäftigen, dazu anhalten, dass sie ordentliche Löhne zahlen. Wie viel sollen die denn zahlen? Deswegen sind wir für einen gesetzlichen Mindestlohn und der soll mindestens 8,50 Euro die Stunde betragen. Ich komme ja eigentlich aus China. Meine Eltern sind Deutsche und jetzt muss ich mich entscheiden. Ich will ja wählen gehen. Ich bin ja der erste Roboter, der wählen gehen darf. Aber warum darf man das nicht, wenn man jetzt zum Beispiel deutsch ist und chinesisch? Warum muss ich mich entscheiden für eine Staatsbürgerschaft? Warum geht es nicht, wenn ich beides habe? Die meisten Staaten halten es so, dass diejenigen, die ihre Staatsbürger sind, darüber entscheiden, was das Schicksal dieses Staates ist. Wir sind dafür, die deutsche Staatsbürgerschaft zu öffnen. Also zum Beispiel Menschen, die hier leben, aber Eltern anderer Staatsangehörigkeit haben, die sollen ruhig beide Staatsangehörigkeiten haben. Also jemand, der chinesische Eltern hätte und unentwicht in Deutschland lebt und deswegen die chinesische Staatsbürgerschaft hat, der soll auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Und dann auch wählen dürfen. Und dann wählen dürfen, muss dafür nach unserer Auffassung nicht auf die chinesische verzichten. Okay, ich habe mal so psychoaktive Partikel geraucht, so Gras. Ihr findet das gut, ihr wollt das legalisieren, ist das richtig? Wir wollen, dass Süchtige nicht kriminalisiert werden. Jede Form von Drogen, ob legale oder illegale Drogen, beinhalten die Gefahr auch schwerer und schwerster Gesundheitsschädigungen. Das gilt für legale Drogen wie Rauchen und Alkohol genauso wie für Haschisch. Aber dann ist nicht einzusehen, dass Menschen, die beispielsweise Haschisch rauchen, für kleine Mengen in Bayern kriminalisiert werden. Wie viel ist denn okay? Das haben die Länder unter sich sehr unterschiedlich zu entscheiden. Wo man in Bayern eine Haftstrafe für antritt, darf man in Berlin noch frei rumlaufen. Und wir finden, dann ist die Berliner Regelung vernünftig. Aha, das heißt, wie viel darf ich hier in Berlin rumtragen, ohne dass ich festgenommen werde? Das weiß ich aus dem Kopf nicht. Ich weiß, dass es einen irren Unterschied zwischen Bayern und Berlin gibt. Okay, ich habe gehört, ihr wollt sowas wie ein Veggie-Day einführen. Also mein Vater stand total auf Bockwürstchen. Bockwürstchen sind auch meine Leibspeise. Ich habe sogar welche mitgenommen. Wurst mit Wasser, da stehe ich total drauf hier. Die Frage ist, warum wollt ihr an einem Tag das verbieten? Wir wollen das nicht verbieten. Wir wollen, dass das wie heute schon in vielen Schulen und Kindergärten üblich ist. An einem Tag es einen vegetarischen Tag gibt als Angebot. Da wird niemand gehindert in der Kantine, wenn er nach gegenüber geht an den Dönnerstand. Das ist letztendlich die freie Entscheidung. Es geht um etwas anderes. Und was denn? Es geht darum, dass diese Fleischproduktion, die wir haben, nicht mehr so weitergeht. Wie sieht die denn zurzeit aus? Wir produzieren auf einer irren großen Fläche in Südamerika 2,6 Millionen Quadratkilometer. Zum Teil sind das abgeholzte Regenwaldflächen Soja. Und dieses Soja bringen wir hierher, um damit Schweine für diese Wurst oder eben Hühner und Puten entsprechend zu züchten. Man braucht diese riesige Fläche, weil sonst kann man nicht so viel Fleisch produzieren. Aber was wollt ihr denn damit jetzt ändern oder wie wollt ihr das ändern? Das geht einfach nicht mehr, weil erstens ist das klimaschädlich. Zweitens belastet das hier die Luft und die Flüsse, das verschmutzt die Umwelt. Drittens kann das nur passieren, wenn man sehr viele Tiere auf engem Raum hält. Das heißt, es führt automatisch zu Tierquälerei und die Tierquälerei wird noch dadurch gestärkt, dass in diese Tiere ganz viele Medikamente reingepumpt werden. Also ihr könnt diese Massentierhaltung gar nicht mehr abschaffen? Wir wollen sie entsprechend zurückführen und das ist der Kern. Und wenn dann weniger Fleisch produziert wird, dann wird es vielleicht ganz vernünftig sein, mal einen Tag ohne Fleisch auszukommen, weil man es sich sonst nicht leisten kann. Warum soll ich dich wählen in einem Satz? Ein kurzer Satz, kein langer Satz mit ganz vielen Kommas, sondern warum soll ich dich wählen? Wer mehr für Bildung, für Gerechtigkeit und die Umwelt tun will, der muss grün wählen. Dankeschön, Jürgen. Ja, wir wollen auf jeden Fall dieses verrückte Betreuungsgeld wieder abschaffen. Betreuungsgeld? Was ist denn das Betreuungsgeld? Die jetzige Bundesregierung geht mit der Gießkanne durchs Land und verteilt 100 Euro.